Schweizerinnen und Schweizer sollten vor allem Lösungen für reale Probleme wählen. Die intransparente Finanzierung der Schweizer Politik ist ein reales Problem. Es ist nicht mehr einsehbar, welche Interessen nebenbei von Politiker und Parteien alles vertreten werden. Darum setzen wir uns in der Piratenpartei dafür ein, dass die Politikereinkünfte mit Transparenzinitiativen offen gelegt werden. Und ich setze mich allgemein für mehr Einblick in die Politik ein. Darum die Piratenpartei wählen. Darum Pet Mechler wählen. Liebe ist ja gut und recht. Sie darf aber nicht in eine Kontrollwahn verfallen. Das gilt auch für einen Staat. Teure und nicht effektive Videoüberwachungen schränken die Privatsphäre von uns allen ein. Wir Piraten kämpfen gegen solche Vorhaben. Auch im Aufbau und der Vernetzung von Datenbanken mit persönlichen Daten stehen wir sehr skeptisch gegenüber. Ich möchte dafür sorgen, dass wir als mündige Bürger angeschaut werden und nicht als potenzielle Kriminelle. Darum die Piratenpartei wählen. Cedric Meury wählen. Vor allem keine Schweiz ohne Forschendrang und Pioniergeist. Forscher und Pionier werden aber immer engere Grenzen gesetzt. Bildung und Zugang zu Wissen werden immer wie teurer. Die Piratenpartei setzt sich dafür ein, dass alle Menschen Zugang zu Wissen und Bildung haben und somit ihr Potenzial nutzen können. Wir kämpfen gegen die Buchpreisbindung und für ein modernes Urheberrecht, sodass die Kultur weiterhin auch frei bleibt. Darum die Piratenpartei wählen. Darum Batist Uttinger wählen. Die Piratenpartei Die Piratenpartei Die Piratenpartei Die Piratenpartei Die Piratenpartei